Und ihr findet jetzt in der Videobeschreibung einen Link, oh, einen Link zu meinem, ja, geschafft, einen Link zu meinem Twitch-Account, das ist einfach ganz normal twitch.tv slash rammedanny. So Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Ranked, beziehungsweise bei Ranked PvP. Und ich hab mir gedacht, wir spielen heute mal ein paar Runden PvP, ich hab jetzt ja momentan 1020 Elo, ich hab gestern gar nicht mehr gespielt gehabt, beziehungsweise vorgestern, und deswegen hab ich mir einfach mal gedacht, ach, ich spiele gleich nochmal eine Runde, vielleicht können wir das Ganze mal wieder ein bisschen erhöhen, letztens haben wir ja ein bisschen was gewonnen, aber insgesamt haben wir wieder verloren gehabt, mal wieder, und ich hab mir einfach gedacht, wir spielen heute mal noch ein paar Runden, und dazu kann ich mir gleich nochmal ein kleines Thema ansprechen, was vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant sein könnte, weil als erstes haben wir unseren Gegner, und das ist das Galovie, das Galovie, okay, gut, wollen wir mal loslegen und mal gucken, was wir hier schaffen, das ist eigentlich, eigentlich ist es überhaupt nicht so einfach hier immer noch zuzureden, zu dem Spaß, weil man sich ja sowieso schon ganz gut konzentrieren muss, dass man den Gegner überhaupt trifft, zack, 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 zack. Oh, ah, ich hab ihn erwischt, wunderbar, perfekt. Und zwar wollte ich mich das Thema Livestreams ansprechen, und ihr wisst ja, ich hab vor ein paar Tagen schon mal geschrieben, dass ich jetzt demnächst auch mal vor hab, einfach mal zu streamen, beziehungsweise mir das Ganze erstmal einzurichten, weil bis jetzt hab ich mich ja noch so gar nicht damit beschäftigt, ich hab auch noch gar nichts eingerichtet, eben noch kein, noch kein OBS oder so eingerichtet, und das hab ich ja demnächst vor, und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktionieren wird, beziehungsweise was ich überhaupt streamen, ah, shit, Alter, hab ich richtig gut getroffen, was ich überhaupt streamen kann, mit meiner Leitung, und ich weiß gar nicht, wer das von euch schon weiß, aber ich hab ja schon bereits einen Twitch-Account, wo ich immer noch nicht gestreamt hab oder so, den hatte ich mir mal nebenbei mal gemacht, einfach auch mal, um zu kommentieren, ganz klar, bei anderen Streamern, und ich weiß nicht, wie gesagt, nicht wer schon den Account so weit kennt, auf jeden Fall hab ich bereits schon einen Account, und ihr findet jetzt in der Videobeschreibung einen Link, oh, einen Link zu meinem, ja, geschafft, einen Link zu meinem Twitch-Account, das ist einfach ganz normal twitch.tv slash RemyDanny, ganz normal wie ich hier, wie ich normalerweise heiße, RemyDanny, nur Danny gab's nicht, das war leider schon belegt, das hab ich damals gleich mal ausprobiert gehabt, sprich, ich hab einfach mal die URL eingegeben, ob's schon Danny gibt, und es gibt schon Danny, ich glaub, das ist aber ein inaktiver Twitch-Account, oder doch ein aktiver, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall gibt's diesen schon, und deswegen heiße ich ganz normal RemyDanny, und da könnt ihr mir gerne schon mal folgen, falls ihr Interesse an den ganzen Streams später vielleicht mal haben werdet, oder habt, die demnächst mal kommen, hoffentlich kommen, sag ich mal so, findet ihr gleich in der Videobeschreibung den ersten Link, da könnt ihr gerne vorbeischauen, mich natürlich freuen, wenn ihr da, wenn ihr mir folgt, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich vielleicht mal demnächst streamen, streamen werde, oder ihr Interesse allgemein an meinen Streams dann habt, würde mich natürlich sehr freuen, und ihr müsst natürlich nicht, es ist nur so eine kleine Aufmerksamkeit, wenn ihr es möchtet, müsst ihr natürlich auf jeden Fall sehr freuen, oh shit, hä, wieso habe ich denn mein Schwert nicht ausgewählt, kacke, ja, da habe ich ja schon vergeigt das Ganze, shit, weg, 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 ah, aber ich hätte hier kack, richtig einen kacken Mist gemacht, aber ich hätte hier Mist gebaut, ganz zu Anfang eben, schade, jetzt muss ich aber echt aufpassen, weil sonst hat er mich gleich, vielleicht kriege ich das noch rausgerissen, vielleicht kriege ich das noch irgendwie rausgerissen, dass ich jetzt zwei Runden hineinander gewinne, aber da muss ich, wie gesagt, wirklich Glück haben, was macht der denn da, der dreht sich immer so interessant, ich treffe ihn nicht, okay, der hat mich auf jeden Fall, was, oh, schade, er hat noch ein Herz gehabt, oh, ich habe ihn richtig gut zum Schluss getroffen, aber schade, das Ganze wieder, ich sage mir wieder 1020 Elo, okay, jetzt spielen wir das nochmal, vielleicht kriegen wir wieder was dazu, ach, Mann, aber ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf zu streamen, wie gesagt, da ist schon länger Lust drauf, aber ich komme da immer so in einer ganz normalen Woche einfach überhaupt nicht zu, das irgendwie einzurichten, da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf, so Sergeant Crofter HD, und er versteckt sich schon hier hinter, da ist er, zack, na komm, lass dich treffen, perfekt, hä, aber man denkt man, manchmal sieht man gar nicht, dass da ein Bogen spannt, ach, da habe ich ja so viel, ach, da habe ich ja richtig versagt, was habe ich denn da gemacht, wieso bin ich denn da so drauf zugerannt, da habe ich ja richtig kage gemacht, na, egal, ich weiß nicht, was mich da eben gerinnen hat, wo mich da eben so in seine Pfeile die ganze Zeit reingerannt bin, so, jetzt aber, jetzt ist Schluss mit lustig, alter, man denkt einfach, er trifft mit jedem Pfeil, er trifft aber verdammt gut, ach, Mensch, was ist denn los bei ihm, ja, das kriege ich nicht gerissen, da kriege ich nicht mehr rum, ah, weg, 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 ich habe keine Pfeile mehr, shit, ach, nee, schade, 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 da habe ich am Anfang eben richtig Mist gemacht, auf jeden Fall, ich will mich jetzt mit mir beschäftigen, mit Livestreams, mit dem, mit dem Einrichten ist auch demnächst, dass, dass mit OBS alles klappt, ich hoffe, das klappt einfach auch soweit, ich hoffe, dass ich auch vielleicht, auf Multiplayer, auf, oder sozusagen auf Servern spielen kann, im Multiplayer, weil, wäre natürlich schon doof, wenn du als Singleplayer gehst, weil ich nicht weiß, was ich mit meinem Upload auf die Reihe kriege, vor allem mit der Qualitätseinstellung, was man sich jetzt auch einigermaßen angucken kann, dass es nicht ganz so unerträglich ist, von der Qualität her allein, das muss ich echt nochmal ausprobieren, ich hoffe, dass das irgendwie, dass da auf jeden Fall was möglich sein wird, so, der flippt hier richtig rum, aber er hat ihn noch gekriegt zum Schluss, oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, vielleicht können wir das Ganze wieder so ein bisschen aufbessern, ich finde, wie gesagt, für mich sind die Gegner jetzt hier so ab, ab 1000, ab 1020, da werden die für mich, schon richtig kompliziert, okay, er will jetzt gleich auf mich rauf, Mist, und ich glaube, er hat mich jetzt schon besser erwischt, als ich ihn, ja, viel besser, schade, so, ab 1000, 1020, wenn für mich die Gegner einfach schwierig, ja, das liegt aber einfach daran, dass ich dann doch wohl zu wenig PvP spiele, ich müsste jetzt, da sonst täglich ein paar Stunden investieren, damit es jetzt für mich irgendwann lohnen würde, da habe ich wieder so ein Mist gemacht, komm, 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 oh, wir kriegen die nicht zu fassen, wir kriegen die nicht, oh, oh, shit, er läuft weg, das hat ja für uns die Chance, Alter, was, hä, war das schon so low, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe ihn nur ein paar Mal getroffen, ich habe nur noch auf, auf ein Herz, war ich ja schon runter, dass wir ihn dann noch getroffen haben, und dann noch getötet haben, Alter, was war denn da los, richtig Glück gehabt, richtig, Alter, das war eben schon wieder so ein, so ein zittriger Moment, okay, eine Runde gönnen wir uns noch, komm, eine Runde machen wir noch, vielleicht kommen wir wieder zurück auf unsere 1040, mein Gott, das ist immer so aufregend irgendwie, das ist immer so, da steht man immer so, krass unter Spannung, gucken, wo der Gegner ist, da hinten ist er, wer ist das denn, okay, dann haben wir schon ganz gut erwischt, da war irgendwie ein Mist gebaut, okay, wer ist das überhaupt gewesen, Pull, Pull Jack, oder Pull Jack, nee, Second Son, Second Son, ach so, okay, gut, okay, zweite Runde, vielleicht kriegen wir ihn noch mal so gut, das wäre natürlich ganz nett, dann hätten wir einfach so eine, ganz witzige, Abschlussrunde, so, ich weiß nicht, was er macht, ich weiß nicht, was er vorhat, ich habe jetzt keine Ahnung, was er hier, ich weiß nicht, was er macht, er entwischt mir tatsächlich noch, weil ich, weil ich einfach so doof bin, okay, jetzt haben wir gewonnen, ich habe auch keine Ahnung, was er da jetzt eben gemacht hat, was er da eben vorhatte, naja, egal, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder unsere 1040 Elo zurück, ich glaube, wir haben auch nebenbei 2020, ne, und, dann würde ich sagen, war es das doch hier mit diesem kleinen Video, ich wollte einfach, dass wir den mit den Livestream, das würde ich nochmal unbedingt ansprechen, wie gesagt, unten in der ersten, in der Videobeschreibung, habt ihr gleich den ersten Link, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mich verfolgen wollt, würdet mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir da, mich weiter verfolgt, ihr müsst aber natürlich nicht, ist kein Zwang, ist nur eine kleine, Aufforderung, eine kleine Erinnerung, dass ich demnächst einfach mal streamen werde, einfach mal probieren werde, aber ich werde auch dazu dann noch ein extra Video auf YouTube hochladen, dass ich dann und dann streame, wenn es dann wirklich feststeht, wenn ich einfach mal Bock habe, und, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann ganz um einen Morgen wieder, Tschüss, Tschüss.